Es ist fast soweit, das Gönlebreit meint, wir sind schon in einer Stunde, komm alle! Okay, es ist fast soweit, wir fangen jetzt nur noch auf die große Überraschung und die haben wir gleich erlebt. Guck mal, wir haben unsere Dappen zusammen, was ist? Guck, weißt du, Kallen? Mein Lieber und Deutsch ist ein bisschen müde.